Aber nicht das, was ich suche. Ja, Joel hatte ja PC-Probleme gehabt, ne? Hm? Habt ihr's mitbekommen mit Joel's Grafikkarte? Ja, vater, vater. Bitte, 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 oh mein Gott, oh mein Gott. Ja! Ja, ich hab mein zweites 200er Play. Ja! Ja, let's go, Alter. Oh mein Gott, warte, da will ich jetzt sehen, wie viel das ist. Sechs Sterne FC? Nein. Einfach klar. Äh. Also, er, also, Psyche, beziehungsweise Joel hat seine Grafikkarte übertaktet und das hat sein Rechner, beziehungsweise sein Netzteil nicht mitgemacht und ist durchgesport. Ja, das ist ja. Ich bin ein bisschen Idiot, Alter. Das ist auch richtig. Hä? Ja, ich dachte, da wäre jetzt irgendwie seine Grafikkarte kaputt oder so. Nein, ist so. Hä? Ja. Ja.